So, hier habe ich diesmal vier Retro Gläser von Retro Manson, ja, copyright lgate www.lgate.co.uk Ich habe keine Ahnung was es ist, beziehungsweise von dem Hersteller habe ich noch nie was gehört, aber ich brauche mal schnell mein Messerchen, weil ich das würde gleich hier befreien, von diesem Müll. Oh Gott, eine Schere wird geil. Zack, der Müll. Ja, es sind auf jeden Fall so wundervolle Retro Gläser, haben gekostet 2 Euro bei MIG Fun Shopping in Wolfsburg. Aber da der Laden gerade zu macht, gab es glaube ich noch mal Rabatt, also wenn ihr in der Nähe seid, schaut einfach mal rein. Das ist ziemlich cool. Zack, Cola Pop Ice Cold Orange Juice Lemonade Refreshing 5 Cent. Und was haben wir dann noch? Erstmal abmachen, zack und Farm Fresh MIRC. So, jetzt habe ich es auch langsam. So, ab ist der Scheiß. Sehen auf jeden Fall ganz cool aus mit den Strohhalmen hier oben. Ich weiß nicht, ob ich diese Strohhalme verwenden werde, weil ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so der Strohhalm-Freund, um ehrlich zu sein. Aber mal schauen, vielleicht wandern die auch einfach nur als Deko in mein Regal. Aber nein, ich glaube nicht, sie werden in meinen Schrank wandern, die müssen benutzt werden. Scheiß auf Deko. Was soll der Geiz? Wenn ich die Teile finden sollte, werde ich euch die verlinken. Ansonsten schaut bei MIG Fun Shopping in Wolfsburg vorbei, sofern es die noch gibt. Und ihr könnt mir gerne ein Like da lassen oder ein Kommentar oder mich kritisieren oder vielleicht auch mich loben oder was auch immer. Bis denn dann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.